Mein Name ist Jan Hochstrasser, ich bin 27 Jahre alt und ich betreibe Lichtathletik mit der Hauptdisziplin 1500 Meter. Mein bisher grösster Erfolg ist sicherlich der 22. Rang an der Europameisterschaft 2014 im Zürcher Letzigrund. Erfolg bedeutet für mich, meine gesteckten Ziele zu erreichen. Motivation für das Training und den Wettkampf. Ich mache einen sehr schönen Sport und ich geniesse es unglaublich, dass ich den so ausüben kann. Insbesondere jetzt in Rio. Das ist Motivation genug, um jeden Tag zu trainieren. Motivation 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 Motivation